Spontane Prozesse laufen nur in Richtung Gleichgewicht ab. Aber wo liegt dieses Gleichgewicht? Wie schnell können wir es erreichen? Und können wir vielleicht noch Arbeit auf dem Weg dorthin gewinnen, wie es zum Beispiel dieser Stirling-Motor tut? Willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute, physikalische Gleichgewichte. Ist unser System Gleichgewicht und wenn nicht, wie groß ist der Abstand vom Gleichgewicht? Gleichgewicht ist ein ganz essentieller Begriff in der Thermodynamik. Gleichgewicht liegt dann vor, wenn in unserem System zeitlich keine Änderungen erfolgen. Am einfachsten zu beschreiben sind Temperatur- und Konzentrationsgleichgewichte. Das System hier ist offenbar nicht im thermischen Gleichgewicht. Links haben wir eine höhere Temperatur als rechts. Erst nach einer gewissen Zeit im Gleichgewicht hat sich eine einheitliche Temperatur eingestellt. Die Gleichgewichtsbedingung lautet hier überall gleiche Temperatur. Beim linken Bild ist der Temperaturunterschied ein Maß für den Abstand vom Gleichgewicht. Dieses System hat eine einheitliche Temperatur, ist trotzdem nicht im Gleichgewicht, denn links herrscht eine höhere Konzentration als rechts. Das Gleichgewicht ist hier über die Bedingung überall gleiche Konzentration. Definiert der Konzentrationsunterschied im Anfangszustand ist ein Maß für den Abstand vom Gleichgewicht. Wir können übrigens chemische Gleichgewichte ganz ähnlich diskutieren. Hier lautet die Gleichgewichtsbedingung überall gleiches chemisches Potential, doch dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Wenn in einem System unterschiedliche Temperaturen vorliegen, wird dadurch ein Wärmetransport provoziert. Es ist ein passiver Energietransport ohne äußere Strömung. Wir sprechen hier von Wärmeleitung. Wenn in einem System unterschiedliche Konzentrationen vorliegen, wird ein Massentransport oder Stoffmengentransport provoziert. Wir sprechen hier von passiven Stofftransport oder Diffusion. Beide Prozesse sind passiv. Man fasst sie unter dem Begriff Konduktion zusammen. Aktive Transportprozesse, die mit einer Strömung verknüpft sind, bezeichnet man übrigens als Konvektion. Die Wärmeleitung kann quantitativ durch die Gesetze von Fourier beschrieben werden. Voraussetzung für Wärmeleitung ist ein Temperaturgradient im System. Im eindemensionalen Fall ist das t nach dx. Die passiv transportierte Wärmemenge, quantifiziert durch die Flussdichte, ist proportional zum Temperaturgradienten. Dies ist die Aussage des ersten Fourierischen Gesetzes. Lambda ist der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient. Lambda ist ein Maß dafür, wie gut oder schlecht ein ruhendes Medium die Wärme leitet. Metalle haben eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Ruhende Flüssigkeit und vor allem ruhende Gase leiten die Wärme sehr schlecht. Wenn das Temperaturprofil nicht linear ist, sondern eine Krümmung aufweist, sprechen wir von instationärer Wärmeleitung. In dem Fall kommt es im System zu Temperaturänderungen, die durch das zweite Fourierische Gesetz beschrieben werden. Die Temperaturänderung ist umso größer, je größer die Krümmung des Temperaturprofils ist. Dies wird mathematisch durch die zweite Ableitung beschrieben. Der Pfeil markiert in unserem Beispiel die Stelle der größten Krümmung. Hier wird sich die Temperatur am stärksten ändern. In ruhenden Gasen erfolgt der Wärmetransport durch Stöße. Entsprechend kann die Wärmeleitfähigkeit von ruhenden Gasen mit der kinetischen Gastheorie erklärt werden. Die Wärmeleitfähigkeit eines Gases hängt mit dessen mittlere Geschwindigkeit und mittlere freie Weglänge zusammen. Kleine und leichte Gase besitzen relativ gesehen die größte Wärmeleitfähigkeit. Eine einfache Glühbirne kann als Wärmeleitfähigkeitsdetektor angesehen werden. Je schlechter die Wärmeleitfähigkeit des Füllgases, desto heller leuchtet der Glühfaden auf. Dieses Phänomen wird zum Nachweis von Gasen, zum Beispiel in Gaschromatographen, genutzt. Die quantitative Beschreibung der Diffusion erfolgt durch die Fiction-Gesetze. Diese sind völlig analog zu den Fourier'schen Gesetzen. Ursache für eine Diffusion ist ein Konzentrationsgradient, im eindimensionalen Fall dc nach dx. Die Geschwindigkeit des passiven Stofftransportes, quantifiziert durch die Stoffmengenflussdichte, ist proportional dem Konzentrationsgradient. Dort wo das Konzentrationsprofil die größte Steigung hat, markiert euch den roten Pfeil, diffundiert am meisten von links nach rechts. Der Koeffizient d beschreibt die Diffusion in einem ruhenden Medium. Diese ist naturgemäß in einer Flüssigkeit deutlich langsamer als in einem Gas. Bei instationärer Diffusion ändert sich die Konzentration im System mit der Zeit. Die Konzentrationsänderung ist proportional der Krümmung des Profils. Dies ist das zweite Ficksche-Gesetz. Der Pfeil markiert die Stelle der größten Krümmung in unserem Beispiel. Hier wird sich die Konzentration am meisten ändern. Auch die Diffusion von Gasen kann mit der kinetischen Gastheorie erklärt werden. Kleine und leichte Gase diffundieren am schnellsten. Einstein und Smoluchowski konnten mit ihrem Modell des Random Walk die Fiction-Gesetze erklären. Insbesondere konnten sie die Verschiebung x berechnen. Dies ist eine Angabe, wie weit sich ein Teilchen durch Diffusion von seinem Ausgangspunkt entfernt. Lassen Sie uns ein Temperaturausgleichsexperiment thermodynamisch diskutieren. Unsere beiden Teilsysteme sind zu Beginn 1 Liter Wasser mit 100 Grad und 1 Liter Wasser mit 0 Grad. Nach einer gewissen Zeit hat sich das thermische Gleichgewicht eingestellt. Wir haben überall im System 50 Grad. Wir können mit der Wärmekompensität des Wassers berechnen, dass bei diesem Experiment 210 Kilojoule vom System 1 nach System 2 übertragen wurden. Und wir wollen nun ganz thermodynamisch mit dem ersten und zweiten Hauptsatz die Energie und die Entropie bilanzieren. Der Buchstabe U steht für die thermodynamische Größe der inneren Energie. Dies ist ein Maß dafür, wie viel Energie in einem System enthalten ist. Die Einführung dieser Größe ist sinnvoll, denn der erste Hauptsatz sagt, dass die Gesamtenergie im Universum konstant bleibt. Die Änderung der inneren Energie eines Prozesses können wir messen, indem wir einfach ausgetauschte Wärme und Arbeit zusammenzählen. Bei jedem Prozess, bei dem Wärme oder Arbeit im Spiel ist, ändert sich also die innere Energie. Als Nulllevel für die inneren Energie wurden willkürlich die Elemente bei 25 Grad gewählt. Betrachten wir unseren Beispielprozess durch die Energiebrille und wenden den ersten Hauptsatz an. Das ursprünglich heiße Wasser hat seine innere Energie um 210 Kilojoule erniedrigt. Das ursprünglich kalte Wasser hat seine innere Energie um 210 Kilojoule erhöht. Der Buchstabe S steht für die thermodynamische Größe der Entropie. Die Entropie ist ein Maß für das Chaos in einem System. Die Einführung dieser Größe ist sinnvoll, denn der zweite Hauptsatz sagt aus, dass die Gesamtentropie im Universum nur zunehmen kann. Die Änderung der Entropie bei einem Prozess lässt sich nach Klausus durch die sogenannte reduzierte Wärme messen. Q durch T, diese kleine Eselsbrücke kann Ihnen helfen, die klausische Gleichung zu erinnern. Die Entropie zeigt ähnliche Abhängigkeiten wie die innere Energie. Zusätzlich ist sie von der Verdünnung abhängig. Der Nullpunkt der Entropie liegt bei idealen Kristallen bei 0 Kelvin. Das ist der dritte Hauptsatz der Thermodynamik. Wir betrachten unseren Beispielprozess durch die Entropiebrille. Die Entropie des ursprünglich heißen Wassers hat abgenommen. Wir müssen hier unsere Formel Q durch T integrieren, weil die Temperatur nicht konstant ist. Wir erhalten eine Entropieabnahme von 0,6 Kilojoule pro Kelvin. Mit der gleichen Formel können wir berechnen, dass die Entropie des ursprünglich kalten Wassers zugenommen hat, allerdings um einen größeren Betrag. Insgesamt wurde also bei dem Prozess Entropie erzeugt. Nach dem zweiten Hauptsatz ist er damit nicht umkehrbar. Prozesse, bei denen die Entropie zunimmt, heißen irreversibel. Sie können nur in eine Richtung stattfinden. Ein spontaner Wärmetransport von heiß nach kalt ist irreversibel, so wie eben beschrieben. Monsieur Carnot hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man aus diesem Prozess Arbeit gewinnen kann. Er hat eine Maschine beschrieben, welche diesen Prozess reversibel macht und damit die maximal mögliche Menge an Arbeit aus dem Wärmefluss gewinnt. Die Carnot-Maschine ist also eine Wärmekraftmaschine. Sie wandelt Wärme in Arbeit um mit dem bestmöglichen Wirkungsgrad Eta. Ein Stirling-Motor ist auch eine Wärmekraftmaschine. Wir haben zwei Temperaturniveaus, zwischen denen Wärme fließt und die zum gewissen Bruchteil in Arbeit umgewandelt wird. Wir betrachten nun einen Arbeitszyklus einer Carnot-Maschine durch die Energie- und Entropiebrille. Lassen Sie uns Schritt für Schritt die verschiedenen Teilsysteme hinsichtlich ihrer Energie und Entropie beleuchten. Wenn die Carnot-Maschine läuft, nimmt sowohl die innere Energie als auch die Entropie des oberen Temperaturniveaus ab. Für das untere Temperaturniveau gilt umgekehrt, die innere Energie nimmt zu und auch die Entropie nimmt zu. Die Carnot-Maschine selbst durchläuft einen Kreisprozess, ändert also weder Energie noch Entropie. Die Umgebung nimmt Arbeit auf, ändert also ihre innere Energie. Die Entropie der Umgebung bleibt hingegen konstant. Nach dem ersten Hauptsatz müssen die ausgetauschten Energien sich zu Null ergänzen. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Nach dem zweiten Hauptsatz kann die Gesamtentropie niemals abnehmen. Das bedeutet, die Summe der Entropiebeträge muss größer oder gleich Null sein. Die Carnot-Maschine arbeitet ideal reversibel, das heißt hier ist die Gesamtentropieänderung gleich Null. Durch Kombination dieser beiden Gleichungen erhalten wir den kanonischen Wirkungsgrad zu T-High minus T-Low durch T-High. Dies ist eine der wichtigsten Gleichungen der Thermodynamik. Sie limitiert die Umwandlung von Wärme in Arbeit. Der Temperaturunterschied der Niveaus bei einer Wärmekraftmaschine bestimmt den Wirkungsgrad. Eine Wärmekraftmaschine mit den beiden Temperaturniveaus 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius besitzt also einen Wirkungsgrad von ca. 25%. Von 100% Wärme aus dem hohen Temperaturniveau werden nur 25% in Arbeit umgewandelt. Die restlichen 75% fließen als Abwärme in das niedrige Temperaturniveau. Fassen wir zusammen. Die konduktiven Transportprozesse, Wärmeleitfähigkeit und Diffusion können durch ähnliche Gesetze beschrieben werden, das sind die Fourierischen Gesetze und die Fiction Gesetze. Kleine und leichte Gase transportieren die Wärme am besten und diffundieren auch am schnellsten. Während die komplette Umwandlung von Arbeit in Wärme problemlos ist, ist die Umwandlung von Wärme in Arbeit nur zu einem gewissen Wirkungsgrad möglich. Dieser Wirkungsgrad kann nach Kano nicht größer werden als Delta T durch T-High. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.